So, und willkommen auch zur nächsten Aufnahme, gleich am Anschluss. Wir sind jetzt bei Map 8, nachdem was da steht. Dann folgen wir doch mal. Laden, Map 8. Okay. Hä, die Müsse? Achso, wir gehen jetzt wieder raus. Ja klar, da ist auch der Name. Get out of the... ja. Ich bin jetzt quasi wieder von Rückweg. Hä? Ganz schön ruhig, ja. Na gut, was letztendlich allerdings auch. Vielleicht sind wir einfach nur hier unten im Bahnhof. Einfach ruhig. Ich würde sagen, warum ankommen? Wie viele Monster gibt's denn da? Wie viele Monster gibt's denn da? Was? Was ist das denn? 0 von 0 Monstern und 0 von 0 Siegles. Was ist das für eine Map? Ähm. Okay. Äh, okay. Wo genau muss ich jetzt hin? Ach nee, ich hab ja, hier müssen wir irgendwelche Schilder anfolgen. Robert, kurz gucken, zu welchen Schilder laufen müssen. Wo waren die Schilder? Warten wir mal. Warten wir mal. Ähm, you are here for Cluster 2. Äh, da, auf Laufheck D, wollte ich grad sagen. Äh, nach D müssen wir. D ist, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir hier lang, genau. Hä? Was zur Hölle, das war jetzt die gesamte Map? Ja, Leute, also ich weiß nicht, was jetzt grad passiert ist, aber das war die gesamte Map. Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt alle sterben gehen. Wow. Ich war noch nie so frustriert. Na gut. Ähm. Danke fürs Zuschauen und dann würde ich mal sagen, ciao mit Frau.